Hallo Nettetal Ich bin ein bisschen frech und despektierlich, weil ich weiß, dass hier längst nicht nur Nettetalerinnen und Nettetaler sind. Deswegen begrüßen wir erstmal die, die nicht zu Fuß kommen konnten, sondern die aus allen Teilen des Landes hier angereist sind. All mein Herr. Der ist nicht aus Nettetal. Ja, um Angst zu still sein. Also laut ist einfach. Da können wir aber ganz still sein, dass man gar nichts mehr hört auf dem Platz. Ja, die war gerade bei der Spaghetti. Ja, sie singt sich gerade ein. Und der andere Grund, warum wir jetzt für sie singen, sie hat vor anderthalb Wochen Geburtstag gehabt. Ist 23 geworden. 23 jung. Und wir werden jetzt ihr einsingen. So, das zweite Tier ist schwieriger. Darf ich mir eins aussuchen? Ja. Eine Biene. Eine Biene. Also Bee. Eine Bee. Old MacDonald had a farm. Hiya, hiya, ho. And on his farm he had some bees. Hiya, hiya, ho. With a... And a... Everywhere. Großartig. Old MacDonald had a farm. Hiya, hiya, ho. Dort jetzt. Na Moment, ihr sollten unter den 23.000 abstimmen lassen, welches Tier wird es noch singen. Also ich habe eins überlegt. Wo dann auch die Männer? Die Katze ist doch... Wir sind doch kein Kindergeburtstag, eine Katze. So, jetzt will ich euch hören. Und zwar mit ganzer Kraft. Ich überrasche euch. Old MacDonald had a farm. Hiya, hiya, ho. And on his farm he had some Tyrannosaurus rex. With a... And a... Everywhere. Everywhere. Woo! Old MacDonald had a farm. Hiya, hiya, ho. Ihr seid großartig. Ihr seid bereit für Amy. Vielen Dank.